Hallo meine lieben Minions und willkommen zum letzten Match zwischen mir und Exident jetzt erstmal. Alles entscheidende, zerberstende. Ja, es steht 1-1, es ist ein Best of 3. Also eigentlich haben wir unentschieden gespielt, es steht 1 zu 1 zu unentschieden. Ja, wir haben drei Games gespielt. Das ist richtig. Und jetzt ist Zeit zu töten. Okay. Einfach Punkt. Wir gehen einfach rein und fangen damit an, die Map auszuwählen, ja? Das ist eine Idee. Ne. 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 Seid lustig aus mit dem Wasser. Ja. Die ist gut. Ja, die ist in Ordnung. Ja? Ja. Sieht optisch ein bisschen hässlich aus, aber die Map ist ja entscheidend. Die Map. Die Mob. Die Map. Möb. 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 So. Okay. Also Wikinger, ne? Wikinger. A Viking. Du fängst wahrscheinlich an mit behinderten Positionen. Mal gucken. Ja. Das bist du und du fängst mit behinderten Positionen an. Grazer. Wo fang ich an? Oh, oh. Hauptsache sind gleich Münzen, dass du dir unnötige Sachen kaufen kannst, die du gar nicht brauchst. Warum ist Exident eigentlich so ein Nackenvieh? Was soll man ja sagen? Was soll man ja sagen? Mein Exident bringt jetzt deinen Exident rum. Das glaubst du aber nicht. Wie zieh ich mich an? Nach oben rücken. Hm. NEIN! Was? Eigentlich hätte er im Boden versinken müssen mit seinem... Guck dir den Großen gegen den Kleingurm an, ne? Mächtiger Nacken. Mächtiger Nacken. Jetzt muss ich hier aber wieder erstmal... Das ist richtig. Kacke, das hat mich jetzt ein Seil gekostet. Ich glaube, das wirst du überleben. Aber... Du kommst ja nicht wo. Justin. Komm ich nicht? Ich find schon. Man kann springen am Seil. Anscheinend. Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Warum war mein Erster ohne den Baseballschläger? Warum... Nein, 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 nein! Du hast mich abgelenkt und irritiert. Doch du bist schuld daran. Oh, wo er dran ist. Du tust mich nicht weg. Ich bin fett. Das... Bist du zu sicher, dass du nicht so weit fliegst? Ich bin ziemlich sicher. Alter, ich werd mich richtig aufregen, wenn du jetzt... Du fliegst einfach. Ah! Danke. Ich sag's doch. Was wollt. Warum?! Du hast zwei Seile verschwendet, aber sonst nicht ganz so schlimm. Ich hab den Safe-Kill Baseballschläger verschwendet. Was ist schlimmer? Was ist schlimmer? So. Hallo Fini. Kann man die raus Baseball? Ja. Okay. Warum werden meine Viecher eigentlich von Runde zu Runde her es liegen? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie randomized. Wie deine Viecher aussehen. Mit dem Balken und der Käppi, ne? Oh mein... Was? Wie kann man nur so... Das ist das behinderte Gameplay, was... Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Der leuchtet so ein bisschen hart. Warum... Warum ist mein Bomben so... Ich weiß nicht, aber ich fix das einfach mal. Ich fix das mal. So. Okay, jetzt ist er wieder ready. Wie... Wie teuer ist das? 20. Gott... Wach. Dann haben wir hier irgendwie Geheimwaffen? Bestimmt. Da ist er schon wieder. Der muss weg. Der ist echt ein bisschen störend. Ne. Das Schaf aus der Hölle, 77 ist mir nicht ganz so schlecht, ist nicht ganz so schlecht. Ein Geschenke, Götter! Hat er gerade alle hier? Ja, ja. Alle? Der gilt alle? Die in der Nähe sind, glaube ich. Okay, richtig. Das sieht schon aus wie ein kleines Spermium. Ein Spermium? Bist du es vorher schon? 100% safe. Nein. Okay, dann ertränk mich. Nein. Nimm den Gedankenkontrollhelm, schmeiß nicht runter. Nein. Wirf Dynamit. Oh, warte mal. Ich wiederhole, wirf Dynamit. Ja, du müsstest mit deinem Werf Dynamit. Dann wäre das auch reingefallen. Alles ob, niemals. Okay. Wäre niemals darauf reingefallen. Okay. Ich will die Leertaste drücken. Wie kommst du von GIFT auf Leertaste? Ich weiß es nicht! Ich dachte jetzt schieße ich so. Ich falle mich. Solche Wurstfinger, solche... Was macht der da unten überhaupt? Hat er keine Hobby? Gentlemen, Jack's hat das. Ich merk das schon. Aber jetzt reden sie wenigstens mehr so Roboter-Stimmen-Art-mäßig. Ah, ich hör wieder was. Ah ja. Und vor allem, weißt du was man für 20 Münzen bekommt? Den zweiten Versuch. Den zweiten Versuch. Du hast 21 Münzen. Wie kauft man das? Ich weiß es nicht. D. Steht doch da. Ah, so der zweite Versuch. Jetzt brauche ich zwei fucking Anläufe um diesen Fettsack hier raus zu katapultieren. Nope. Dedeede! Bum! Boring! Das sind diese nackenlosen Viecher. Der mit dem Pfeil. Irgendwer hat sich gerade erträgt. Ich könnte schwören, dass er so trunken. Ich möchte aber lieber etwas anderes kriegen. Okay. Äh, shit. Warum mache ich das überhaupt? Warum jump ich da hin? Warum machst du jetzt schon High? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vergiss nicht, du schießt mit Shift. Jaja. Das reicht. Schade. Ich hätte dich besser erwischen können. Also, das war scheiße für eine heilige Granate. Das war richtig hart scheiße. Was haben wir da? Ein Brenner. Braucht kein Mensch. Möchtest du das jetzt auch versuchen? So. Ich möchte das einmal richtig machen. Okay. Aber ich mache das richtig richtig. Hast du gut gemacht. Jetzt hast du beide Finger verschossen. Ich brauche das nicht mehr. Weil ich gewinne. Ah ja. Ich nehme die Bananenweber. Gewollied habe ich den. What? Revenge. Man sieht man, Bananen sind mächtiger als die Kirche. Okay. Bananen sind mächtiger als die Kirche. Ich finde schön, dass ich noch mal dran bin. Oh mein Gott. Warum stehen die immer noch zu... Warum? Da links ist eine Waffe. Vielleicht springt der runter. Du hast ja gerade echt so ein Safe. Tschüss Mero. Ich kann nicht schwimmen, hast du gesagt. Das ist so unverdient gewesen. So unverdient. Nein, das war die Rache. Ja. Der Schnäuzer. Die Rache dem Schnäuzer. Akzeptiert. Gegen Schnäuzer kann man nichts sagen. Und jetzt? Versuch mal den Kissen an. Drop like it hot. Drop like it hot. Tchuuu. Nein, Poco, nein. Poco, da doppelte Linschberger mit Schraube. Mit Schraube. Mit Schraube? Mit Schraube. So ungefähr. Sag dir sie... Du weißt aber schon, ne? Das ist so einfach, ne? Was muss der Verlierer eigentlich machen? Oh mein Gott, so am Gap. Oh mein Gott, so am Gap. Ähm... Warum klettert er da... Nein, Beanie! Nein, Beanie! Der ist ja schon ein bisschen mad-faced. Wuhu! Beanie! What? Oh mein Gott. Nicht mehr? Anscheinendlich. Na gucken, wie viel hast du noch? Einen. Du hast drei. Das ist ein bisschen unfair. Nee. Müsstest du den jetzt auch mal benutzen? Nein. Aber das wusste ich. Was hast du vor? Secret Tactics. Secret. Danke. Warum muss man die Taste halten? Muss man halten? Also die Fallschirmström-Taste. Welche Taste ist das? Shift. Shift muss man halten? Ja. Und zweimal drücken. Und nicht zweimal drücken. Und nicht zweimal drücken. Hm. Die ist super, die alte Dame. Ja. Die ist echt ein Traum. Hm. Die Omi. Was macht denn genug Vans, um dich jetzt direkt zu töten? Das Furzkissen. Hm. Das wollte ich eigentlich auf dich machen. Hm. Der wird auf jeden Fall sterben. Aber ich glaube, der ist gerade wichtiger, den zu töten. Ich frag mich eh viel, wie der Mensch das macht. Aber gut, dass ich das gleich sehen werde. Ja. Wo zählst du da hin? Wo zählst du da hin? Wo zählst du da hin? Esel! Nein! Ähm. Er denkt sich, er verstört einfach die. Was? Okay. Wie viel Schaden hat das gemacht? Weiß ich nicht. Werden wir jetzt sehen. Müssen wir hoch? Ein bisschen. Ja. 74. 50. Es wird gleich fast aus, um dich gleich zu vernichten. Wo bin ich? Ah. So. Was könnte dich vernichten? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Welche Was hiets du da? Was problemiert? Bist du eigentlich eine Sammlung oder Guys? Flandflaschen sammeln. Ja. Ich bin der Flaschen-Ali. Ein Wumm-Za-Zauber-Ya Ey. Geh Blandflaschen. Blandflaschen-Blandflaschen sammeln. Barde... Waaa THERE! Boah! Waaaah! Nein! Nein! Der Panic Mode, Alter. Man muss ja anderen Leuten die Chance lassen. In der nächsten Runde wirst du eh vernichtet. Werde ich das? Ja. Meinst du so? Selbst mit diesen absichtlichen Fails. Ich weiß nicht was du vorhast. Alter, ich weiß nicht was du vorhast. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Vor allem kann ich den Esel, was mein Plan war, jetzt nicht mehr verwenden. Möchtest du das haben hier? Für mich? Ja für dich. Nein! Das wird jetzt echt ein bisschen eklig. Weil ich komme jetzt nicht richtig heran. Tja. Und die sind beide low. Und du machst keinen Jetpack mehr. Oh mein Gott. Du hast mich falsch hin. Das ist richtig. Leiter zu halten, ich weiß Bescheid. Ich muss gar nicht Leiter zu halten. Ich muss gar nicht Leiter zu halten. Da da daaam. Da da daaam. Da daaam. Wir sind sogar schon noch sudden death. Ich glaube ich verliere. Ich bin mir nicht sicher was ich dagegen machen will. Ich hätte alles machen können. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Lebe. Lebe. Lebt er? Ich wollte wenn er noch lebt. Hä? 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 Der ist doch voll drauf. Will mich das verarschen, das Spiel? Ich glaube ich bin tot. Wegen sudden death allein schon. Oh mein Gott. Wie willst du denn denn hinkommen? Äh. Äh. Goddammit. Nein. Ah. Falschung kostet 10. Äh. Hm. Okay ich style. Ich style. Risky aber ich style. Oh mein Gott. Es ist kurz zu viel. Der Wind ist falsch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wink. Das ist nicht verdient. Unverdient. Nur weil sie da runtergefunden ist. Unverdient. Ungeschlagen. 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 Das ist gar nicht wahr. Das war ein besseres 3. Das zieht mich halt los. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist der Gewinn. Und dann. Und dann. Und dann. Wartet was an dieser Reihe. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Falls euch das gefallen hat. Vielleicht machen wir das dann nochmal. Free Exident. So. Ne kleine. Free Exident. Äh. Session zwischen mir und Exi oder so. Oder Nachbräundin oder so. Vielleicht. Fällt euch das ja. Und. Ja. Ich würde sagen. Bis zum nächsten Video. Bye bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.